Liebe Leonie, Liebe Leonie! Bisschen förmlich, oder? Wieso förmlich? Was denn auch förmlich? Ja, ist doch förmlich. Lieber Vermieter! Lieber Vermieter! Sorry, ich kann die Miete nicht bezahlen. So schreibt man, so fängt man jede Karte. Aber du nicht zu deiner Tochter. Ey, ey, ey! Was machst du, Mann? Wieso krieg ich das nicht hin? Weil der Kampf an ihrem Geburtstag ist. Kennst du aber nicht so viel. Ich kann nie was so viel. Okay, ist es wieder so weit? Nein, nein, das ist gut, kein Problem. Mach ich gerne. Achtung, geht los! Keiner, der mit 19 ein Kind bekommt, irgendwie mit seiner Ex klarkommen muss, mit der er nie was hätte anfangen sollen, weil die gar nicht zu ihm passt, er aber ja nicht auf seinen besten Freund gehört hat damals. Ist gut jetzt, Paul. Und noch eine Karriere im Sport haben will, kriegt das gut hin. Okay? Ich darf nicht zu viel einstecken, sonst kann ich hier nicht zum Geburtstag. Hey! Hallo! Steckst du auch nicht einverstanden? Ne, ne, ich versteh schon. Ja! Ja!